Hallo Leute, DartsAns05 hier mit Let's Play Super Mario Galaxy 2. Äh, ja, wir sind hier schon voll drin in der Schmetztiegel und, äh, Galaxie und, äh, ja, ich hab das jetzt gerade nochmal probiert, aber so wie ich's mir eigentlich gedacht hatte, dass ich das Spiel irgendwie verarschen kann, haut das nicht hin. Deswegen probieren wir das jetzt nochmal auf dem regulären Weg und, äh, what the... Welcher Abstand ist das von dem Sternmann? Ich... oh, 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 nee, ganz ehrlich. Wenn ich sowas schon wieder seh, dass man da irgendwie, keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Also man kann, ja, hinten schon rein, wo der Stern ist, in diesen Käfig, sag ich mal, zum Schluss, und kann da auch die Steinkraft verlieren, dadurch, dass man den Block trifft, aber man kommt nicht rüber, weil Weitsprung reicht nicht aus und eine Drehattacke, eine Wirbelattacke kann ich ja nicht, weil ich ja noch die Steinkraft hab. Und deswegen haut das nicht hin. Ja, das haut auch nicht hin. Also ganz ehrlich, sowas, äh, nee. Ich find das immer doof, wenn man die, die Entfernung nicht abschätzen kann, weil man immer das nicht genau sieht, wo der Stern und das Zeug ist, das heißt, das ist eigentlich reine Probiersache, reines Ausprobieren und Rumprobieren. Und sowas find ich halt immer irgendwie schade, weil, ja, was nicht, wenn man in einem Spiel eigentlich nichts durch Können erreichen kann, sondern nur durch Probieren, weil irgendwie irgendwas ganz komisch ist, dann ist es halt immer schade. Mann, wenn das jetzt wahnsinnig schwierig wäre und irgendwie, ich könnte es durch wahnsinnigen Skill hinbringen, ja, aber das ist in dem Fall nicht der Fall, das haut einfach nicht hin. Seht ihr, das ist das, was ich mein, man sieht das nicht, wo der ist. Vielleicht ist der auch, muss ich da ein bisschen weiter rechts runterrollen lassen, aber das ist halt auch immer so ein ewig weiter Weg, bis man da hinten ist. Da wäre irgendwo ein Checkpoint, zumindest für die, äh, für die Mission wäre schon schuld gewesen, ganz ehrlich. Also Nintendo, Nintendo, please. Naja, aber, man muss es immer so sehen, es ist die Grünstern-Challenge und, ähm, das soll schwer sein, aber irgendwie, ja, hilft mir das auch nix. Deswegen, ja, werden wir den Stern doch jetzt irgendwie mal bekommen können. Bitte. Das zieht sich hier immer wie Kaugummi und ich bring nix zusammen, Mensch. Ah! Yay. Schneller. Naja, sollte das jetzt nicht hinhauen, ich probiere es jetzt noch, sagen wir mal, dreimal. Und sollte das nicht hinhauen, dann, äh, mache ich es im Offplay, ist mir wurscht. Dann seht ihr halt nur, wie ich den Stern kriege oder ich weiß auch nicht so genau, wie ich es mache. Ich schnippel das zusammen. Oder what the heck, ich habe keine Ahnung. Und, äh, ja, dann gucken wir weiter, weil sonst, äh, wird es nämlich nix mehr. Ich probiere es mal etwas weiter rechts runter zu rollen, aber das geht auch nicht mit Sprung, weil man kann dann die, die Höhe von dem Sprung wieder nicht abschätzen und dann haut es doch auch wieder nicht hin. Wenn sie sich das so gedacht haben, dass man da wirklich vorher abspringen muss, mit der Höhe vom Sprung, das Ganze variieren muss, äh, dann muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Nintendo, please. Das, da seht ihr das, das ist das, was ich meine, man, what, what? Man kann jetzt sagen, der Stern ist so und so und man muss so und so runter, sondern, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist so schön. Irgendwann macht es dann nämlich auch keinen Spaß mehr, dann denkt man sich auch nur noch, what the hell? Und, äh, ja, würde am liebsten die V-Mode wegschmeißen, aber das, äh, löst die Problematik nicht. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wenig, aber, ja, löst sie überhaupt nicht, deswegen bringt der immer nix. Der ist eigentlich im hinteren Bereich irgendwo. Was zum... Oder ist das wirklich noch weiter rechts? Hm. Hm. Schwierig. Schwierig. Also, ich probiere mich jetzt mal noch, wenn ich dann abpralle, hinten noch etwas weiter rechts zu halten. Ich verspreche jetzt mal gar nichts, aber es, äh, sollte irgendwann vielleicht mal funktionieren jetzt, ja. Das wäre mal eine Geschichte. Vom Ganzen her. Und ich weiß, warum ich manche Galaxien nicht mochte und auch mir die immer irgendwie noch nicht lieber wären, weil die sind einfach komisch. Die sind jetzt nicht unbedingt schwer, aber die sind komisch. Ich muss es einfach mal so sagen. Die sind echt komisch. So, pass auf. Da. Das war zu weit rechts. Mhm. Bump. Jo. Altschuh. Das ist jetzt wirklich die letzte, ja, der letzte Live-Versuch. Ansonsten machen wir schnüppelt die Schnapp und, äh, ja. Ihr seht das dann. Ich hab keine Lust mehr. Außerdem ist es für euch langweilig, deswegen machen wir das nicht. Der ist irgendwo so im, ja, ich kann's nicht beschreiben. Und ich kann's nicht steuern. Na gut, dann machen wir's wirklich so. Ich probier das jetzt noch ein bisschen und, ähm, ja. Wir sehen uns dann wieder, wenn das Ganze mal funktioniert hat. In diesem Sinne, bis denn. Wir sehen uns dann wieder. 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 Irgendwie haut es nicht hin. Warum? Wahrscheinlich ist das ganz einfach und ich mach's wieder falsch oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber ich wüsste nicht, wie wir uns anders machen. Wie gesagt, man kann von hinten... Wenn man erstmal in dem, wenn man erstmal in dem letzten Bereich ist, wo der Stern dann auch ist, der normale, kommt man dann nicht mehr zurück. Deswegen... Deswegen... Haut es nicht hin, deswegen muss es so irgendwie gehen. Zack, 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 zack. Ja, danke. Ja, danke. Oh boy. Ja, Leute, das hat jetzt gar nicht mehr so lange gedauert. Das waren jetzt, äh, zwei Minuten, die ich einfach nochmal probiert hab, aber, ja. Ich werde euch natürlich nur den letzten Versuch zeigen, weil sonst, ja, ist das Ganze etwas nervig. Und unnötig. Und deswegen, ja. Nee, 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 nee. Wir machen weiter. Nix hier einen Augenblick. Wir haben keine Zeit. Urwerk-Ruinen. Und... Funse... Ach, das war die. Hm. Ja, jetzt kommt schon die Special-Galaxie. Ich merke das schon. Nee, pass auf. Wir machen Urwerk-Ruinen. Und, äh, schauen wir mal rein. Das war die, ja, genau. Die mag ich ja eigentlich auch gar nicht mal so gern. Ah. Also doch bei dem Rollen, wenn man abprallt, dann noch weiter rechts bleiben, aber nicht zu weit. Das ist halt immer mal ein bestimmten Bereich, wo man den Stern dann auch trifft. Okay, einer ist schon mal da oben. Und... Ja. Wenn man den halt dann nicht erwischt, dann... Tot. Tot. Töte am Tötesten. Gut. Wenigstens sehe ich hier schon mal einen. Das beruhigt mich schon mal. So. Auch wenn ich die Galaxie nicht mag, aber das macht anscheinend nix. So. Halt. Am besten, wir gehen jetzt hier mal hoch. So, wir müssen ja eh drüber. Gut, in dem Fall. Ja. So. Da oben drauf, wie? Hm. Scheint fast so. Okay. Und, äh... Okay. Gut, das war leicht. Das war überhaupt nicht schwer. Einfach nur draufstellen, höchster Punkt, rückwärtssaldo, plus Drehertacke. Fertig. Braucht man nicht. Gut hätte es noch sein können, dass man den seitwärts, ähm, den Sideflip braucht, weil der ja doch höher ist. Also, das waren jetzt 32 Sekunden. Das ist schon Wahnsinn. Also, wie schnell man eigentlich manche Sterne dann auch holen kann, ne? Hm. Na gut, okay. Also gut. Die anderen werden wahrscheinlich etwas länger dauern. Anzunehmen. Also, hier ist schon mal weiter keiner. Dann beamen wir uns mit der Sternenrampe dann gleich mal weiter. Gut. What the heck? Goomba, please. Danke. Danke für die Musik. Okay. Du, 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 du. So. Auf das Geräusch reagiere ich gar nicht mehr. Ist echt so. Ach, ne, Moment. Äh, das war schlecht. Wir müssen da wirklich oben drauf. Ich hab's vergessen. So, nicht für den Stern, sondern allgemein. Yay, da glitzert was. Okay, jetzt haben wir hier den ganz großen. Das war gar nicht mehr schlecht. Ja. Okay. Stimmt, jetzt war wieder das hier mit dem, ja. Gedülens. Ähm. Hier hört man auch irgendwo glitzern. Special. Okay. Du, 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 du. Aber die Mucke ist cool. Ah. Wo zum Teufel. Hier hört man das unglaublich deutlich glitzern. Nein, naja. Mario halte ich mal fest. Ich glaube, dass der vielleicht da oben ist. Kann das sein? Nee. Nee. Wahrscheinlich. Äh. Muss man sich da wieder irgendwo reinfallen lassen. Kann das sein? Haut es hin. Okay. Der Goomba geht down. Ah, nein. Und der auch. Hier glitzert es irgendwo. Ich lasse mich mal da hochbringen. Hä? Wie zum Teufel. Äh. Oh, holy macaroni. Ähm. Das ist ja da oben. Wie soll ich da hinkommen? Nee, passt schon, Mario. Ach so. Hm. Okay. Man kann da drauf laufen. Na gut. Ja, stimmt. Wenn die Schwerkraft umgestellt ist, kann man natürlich auch auf den Rand laufen. Das ergibt Sinn. Schön. Das ergibt Sinn. Na gut. Yay. Du, du, du. Yay. Boah, 215 Sterne. Wir nähern uns dem Ganzen. Denkt immer an die 240. Beziehungsweise, ähm, 242. Aber primär erstmal 240. Denn dann schalten wir, soweit ich das jetzt gelesen habe, erst die letzte, die letzte Galaxie frei. Hm, so ist das. So. Grüßchen, Rye. Aber in der letzten Welt, in der Welt, es muss man immer dazu sagen, gibt es ja bei allen Galaxien noch jeweils zwei Grünsterne. Das heißt, da werden wir dann auf jeden Fall etwas schneller durchkommen. Je nachdem, ich habe natürlich keine Ahnung, wenn die Grünsterne irgendwie extrem schwer versteckt sind. Okay, dann wird es natürlich kernig. Aber ich hoffe das jetzt einfach mal nicht, sondern muss mal so, also, keine Ahnung. Was weiß ich? Nein. So. So, hier geht das Ganze ja noch so. Ups. So, jetzt müssen wir hier wieder Mario Please. Das Ganze am besten so machen, indem wir hier oben drauf gehen. Und dann hier, indem wir das eigentlich nicht machen. Das war so nicht gedacht. Okay, nur dann machen wir es halt so. Auch kein Problem. Es ist dann in dem Fall sogar etwas einfacher. Sehr, sehr schön. Ah, also, dann haben wir nochmal das Gedöns. Ja, man sieht den von hier sogar. Hätte ich vorhin aufgepasst, hätte ich es gesehen. Aber gut. Stimmt, da muss ich ja eh auf den Rand, um den Schalter zu aktivieren. Hm. Plötzlich ergibt das alles mal wieder Sinn. Schaffe ich das? Ja, das haut hin. Das haut hin. Wahrscheinlich sieht man den da oben, habe ich den vorhin nur schlecht gesehen, weil das halt, weil die Farbe Grün da irgendwie schlecht zu sehen ist. Ähm, das haut nicht hin. So. Gut. Oh, stimmt. Oh, Feuer. Stimmt. Hm. Das ist mir ja noch nie passiert, in dem Fall. Gut. Auch kein Problem. Machen wir es halt nochmal. Meine Herren. So ein Mist. So ein Mist. Mario. Okay. Gut. Das schafft man. Das schafft man ja. Das könnte man in einem Durchgang vielleicht sogar schaffen, aber da muss man schon extrem gut drauf sein. Na. So eilig haben wir es dann auch wieder nicht. Nee, eigentlich nicht. Gut. Boden. Boden weg. Bodenfreiheit. Bodenfreiheit. Ah. Blöder Goomba. So. Also du gehst schon mal weg. Du gehst auch weg. Das haut nicht hin, ne. Nicht so ganz. Hm. Aber das geht ohne. Also da hätten sie es eigentlich nicht einbauen müssen hier. Das geht doch so. Du 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 du. Hallo Luma na. Oh vielen Dank. Ja. Du 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 du. Gut. Wo ist jetzt der andere Gündstern? Meine Herren. Ich habe schon wieder so ein schlechtes Gefühl. Ich kann die Kamera noch nicht umstellen. Ah. Und ich höre nichts glitzern. Schlecht. Ah. Der SP 100 Pro wird ja irgendwo drauf auf den auf so einen Teil. Das mag mir schon wieder nicht gefallen. Oder hier irgendwo im Abgrund. Könnte ich mir auch beim besten Willen vorstellen. Nein. Ui. Ui. Jui. Das wäre fast ins Auge gegangen. Das haut nicht hin. Shit and Wreck. Dum dum. Das passiert wenn man zu schnell sein will. Bom. Das haut auch nicht hin. So. Mensch die rollen ja heute wieder vorzüglich. vorzüglich bescheiden. Weiter. Okay. Das haut aber hin. So. Jetzt. Sind wir hier. Kriege ich jetzt hier nochmal eine... Okay. Da waren nur die Kometenmünze. In dem Fall. Wurscht. Könnte aber auch wie gesagt irgendwo unten drunter sein. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es immer nicht so genau. Oh Gott. Hm. Okay. Ich höre nix. Das ist nie gut. Ähm. Äh. Mario. Oh boy. Hier ist auch nix. Ich höre nix. Mann. Sprung gedöns. Oh boy. Jetzt wird es mal wieder lächerlich. Jetzt wird es echt lächerlich. Lächerlich und lächerlich. Oh man. What the heck. What the heck. Na komm schon. Mario. Gehst du jetzt einfach mal hoch. Das wäre voll cool. So. Jetzt muss ich lediglich eigentlich darüber. Okay. So. Ja. Hier ist mal wieder Kamera. Umsicht verboten. Das ist schön. Das sieht man so gut alles. Keine Ahnung. Ich habe bis jetzt noch den Grünstein noch nicht mehr sehen können. Oh boy. Oh boy. Jo. Da hinten ist er. Nicht schön. Jo. Naja. Dann. Müssten wir eigentlich gleich mal. In so ein Teil rein. Weil ich muss hoch mal wieder. Am besten wenn es geht sogar oben bleiben. Ich kann die nicht rumdrehen. Ne. Wir müssten da wirklich. Kommt da mal noch so ein Teil. Okay. What the? Ach du Kacke. Das haut nicht hin. Und tot. Das geht wahrscheinlich wirklich ganz knapp. Ja. Todeszone. Please. Checkpoints. Checkpoints. Boy. Oh boy. Oh boy. Das ist doch auch mal wieder für die Schwierigkeit von dem Stern. Okay. Ich sag schon gar nichts mehr. Weil es bringt eh nichts. Schön. Einfach schön. Ganz ehrlich. Das Sterne. Meine Herren du. Meine Herren. So. Also da müssen wir wirklich bis zum Ende anscheinend so schaut's aus draufbleiben. Dass das überhaupt hinhaut. Ah. Scheißen Traktor. Jetzt haben wir wieder das hier. Bäh. 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 Wie kommt man da unten rein zum... Ich glaub so ist das auch nicht gedacht, dass man da unten irgendwie rein kann. Na gut. Auch kein Problem. Alles gut. Nee. Das war schlecht. Okay. Ah. Das haut hin. So. Mario. So. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich es jetzt schaff, weil sonst wird es unschön. So. Ja, ist gut. Alles klar. So. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ganz ehrlich. Okay. Danke. Weitsprung. Yay. Yay. Hey, hey. Na gut. Eigentlich alles machbar, ne? Wenn man so sieht. Zwar ein wenig schwer, aber geht schon. Meine Herren. So. Dann haben wir nämlich die Urweigeruinen auch mit. Zehn Minuten. Boah. Nicht schlecht. Geht was. Gut. Na ja, dafür, dass der erste Stern irgendwie nur 20 Sekunden gedauert hat, war der letzte dann etwas länger. Rückblende. Ich glaube, mich würde mal die Rückblende jetzt interessieren. Ich glaube, wir machen das so. Wir schauen beim nächsten Mal gleich mal in die Rückblende rein und dann machen wir mit der Funzelblitz weiter. Gut. Für heute soll es das auf jeden Fall gewesen sein. 60 Sterne, lächerlich. 216. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut euch beim nächsten Mal wieder rein. Dann werdet ihr sich leben. In diesem Sinne. Bis dann. Und ciao, ciao.